Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Am 5. Mai war der Europäische Protesttag der Menschen mit Behinderung. Viele Prozessaktionen fanden diese Woche statt und sie finden jedes Jahr statt. Heute, zu fortgeschrittener Stunde, reden wir über die Rechte von Menschen mit Behinderung und das leider nicht in einer Kernzeit oder zu einer aktuellen Debatte, sondern als einer der letzten Tagesordnungspunkte zum Antrag der Grünen. Der Artikel 3 des Grundgesetzes garantiert die Gleichheit vor dem Gesetz für alle Menschen und verbietet Diskriminierung. 1949 bestand der Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes lediglich aus fünf Worten. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Menschen mit Behinderung existierten im Grundgesetz damals noch nicht. Vor 21 Jahren wurde im Grundgesetz klargestellt, dass es keine Benachteiligung für Menschen mit Behinderung geben darf. Und ich möchte es nochmal sagen. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Und ich finde, die Aufnahme des Benachteiligungsverbotes ins Grundgesetz ist eine Bürgerrechtserklärung. Die vollumfängliche Umsetzung der Behindertenrechtskonvention in Deutschland muss diesen Ansatz konsequent verfolgen. Menschen mit Behinderung werden immer noch massiv an der gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben gehindert. Wer zum Beispiel auf persönliche Assistenz angewiesen ist, darf nicht mehr als 2.600 Euro ansparen. Menschen mit Behinderung leben teils in Sonderwelten. Ihr Umfeld ist in keinster Weise barrierefrei. Meine sehr geehrten Damen und Herren, vor gut sechs Wochen verabschiedet der UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderung in Genf seine Empfehlung zur Umsetzung der Behindertenrechtskonvention in Deutschland. Wir begrüßen die Empfehlung sehr, denn sie zeigen uns für Deutschland wieder eins ganz deutlich. Wir sind immer noch meilenweit entfernt von einer inklusiven Gesellschaft, in der jeder Mensch selbstbestimmt und gleichberechtigt teilhaben kann. Egal ob jung oder alt. Egal ob mit Beeinträchtigung oder ohne. Egal ob mit Migrationshintergrund oder ohne. Es fehlt der Bundesregierung nach wie vor eine Menschenrechtsperspektive. In Genf waren die Antworten der Bundesregierung meist unkonkret. Bei Themen der Entwicklungszusammenarbeit wurde keine einzelne Frage konkret beantwortet. Würde die Regierung aus einem Menschenrechtsbewusstsein heraus agieren, würde sie die noch offenen Fragen des UN-Ausschusses endlich konkret beantworten. Die Linke sagt, wir brauchen eine Neufassung der gesetzlichen Definition von Behinderung als menschenrechtsbasiertes Modell. Wir brauchen bessere Maßnahmen, um mehrfach Diskriminierung zu bekämpfen. Wir brauchen einen besseren Gewaltschutz für Frauen mit Behinderung. Wir brauchen für alle Kinder und Jugendliche Leistung aus einer Hand und nicht von verschiedenen Ämtern. Wir brauchen ein inklusives Bildungssystem und einen inklusiven Arbeitsmarkt und keine Abschiebung in Sonderwelten, wie zum Beispiel in Werkstätten oder Sonderschulen. Wir brauchen eine Reform des Betreuungsrechts. Wir meinen Menschen, die unter Betreuung stehen, brauchen unterstützende Entscheidungsfindung und keine ersetzende. Wir brauchen eine gesetzliche Verpflichtung zur Barrierefreiheit, nicht nur im öffentlichen, sondern auch im privaten Bereich. Wir brauchen die Abschaffung des Ausschlusses vom Wahlrecht für Menschen mit Betreuung in allen Angelegenheiten. Das Wahlrecht ist Bestandteil jeder Demokratie. Menschen vom Wahlrecht auszuschließen, ist menschenrechtswidrig. Vielmehr brauchen wir hier ein barrierefreies Informationssystem. In knapp zwölf Monaten muss die Bundesregierung erneut darüber berichten, was sie zur Umsetzung der Empfehlung unternommen hat. Die Hausaufgaben sind groß. Die ersten sechs Wochen sind verstrichen. Geben Sie Ihr Bestes und von morgen an. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als nächste Rednerin hat Kerstin Tack von der SPD-Fraktion das Wort.